Im Januar 2020 ist sie ihren Job als neues Vorstandsmitglied der Schufa Holding AG angetreten. Kurz darauf kam Corona. Im Juli des gleichen Jahres folgte ihr Wechsel an die Spitze des Unternehmens. Für den Blick zurück nach vorn begrüße ich die Vorstandsvorsitzende der Schufa Holding AG Tanja Birkholz. Mein Name ist Heike Thuri. Frau Birkholz, woran denken Sie als erstes, wenn Sie sich an Ihren Einstieg bei der Schufa erinnern? Als erstes an ein sehr warmes und sehr herzliches Willkommen. Und wir hatten gleich zu Beginn die Möglichkeit, jeden Bereich ein bis zwei Tage intensiv kennenzulernen. Das war toll und hat große Freude gemacht. Und dann, ja, dann kam halt leider der doch sehr jähe Abbruch durch Corona. Operativ hat dann alles toll geklappt, auch in diesen besonderen Zeiten. Und dafür auch schon jetzt mal mein herzlichen Dankeschön an das Team Schufa. Aber gerade in Zeiten von personellen Veränderungen, wir waren ja zu zweit neu in den Vorstand reingekommen und strategischer Weiterentwicklung wäre natürlich das persönliche Zusammenkommen so wichtig gewesen. Ende Juni hat die Hauptversammlung der Schufa stattgefunden. Das war jetzt quasi das erste Jahr, für das Sie komplett verantwortlich zeichnen. Wie ist die Lage des Unternehmens? Also in der Tat war es ein sehr besonderes Jahr. Ein Jahr, was uns als Unternehmen und ich denke, auch als Menschen vor ganz besondere Herausforderungen gestellt hat. Ein Jahr, in dem kaum persönliche Treffen möglich waren. Auch im Vertrieb kaum persönliche Treffen möglich waren. Das war sehr besonders und auch schade, wenn man neu startet, wie eben gesagt. Aber trotz aller Widrigkeiten war es ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis war es das beste Ergebnis in der Geschichte der Schufa. Und das Schöne ist, das Wachstum war getragen durch alle Geschäftsbereiche. Die Schufa liegt überall im Plus. Welche Bereiche haben sich denn da besonders gut entwickelt? Getragen durch den ausgeprägten digitalen Handel, den wir in der Corona-Pandemie gesehen haben, haben sich insbesondere die Identitätsprodukte im E-Commerce positiv sehr stark entwickelt. Aber auch die Umsatzentwicklung im B2B-Geschäft war sehr stark und hat einen Umsatzsprung gezeigt. Drittens, auch das Privatkundengeschäft hat maßgeblichen Beitrag wiedergeleistet zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Und das Schöne, wenn wir mal wegschauen von den finanziellen Kennzahlen, ist, dass wir mit unserer Förderkreditauskunft bei der Betrugs-Sicherung, Auszahlung der Corona-Helf-Hilfen in der ersten Pandemiewelle auch einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten konnten. Und hier ging es dann explizit eben nicht um die Umsatzgenerierung. Und auch das ist Schufa. Wir leben in sehr spannenden Zeiten. Gesellschaft, Wirtschaft, Technologien, ganze Märkte verändern sich in immer kürzeren Abständen. Was kommt auf die Schufa in den kommenden Jahren zu? In der Tat sehen wir sehr fundamentale Veränderungen, auch Veränderungen, deren Momentum sich deutlich beschleunigt hat nochmals in den letzten Jahren. Mit den großen Technologiekonzernen, aber auch den Zahlungsverkehrsanbietern entwickeln sich völlig neue Wettbewerbe, auch für uns. Grundsätzlich verschwimmen die Branchengrenzen. Teilweise lösen sich auch auf. Und auch unsere Kunden befinden sich in fundamentalen Veränderungsprozessen. Das heißt für uns, wir müssen diese Veränderung aufnehmen und uns eben auch mitentwickeln mit unseren Kunden, mit dem Markt. Und wir wollen künftig den digitalen Wandel eben als Partnerin von Verbrauchern und Unternehmen begleiten. Wir wollen aktiv am Markt teilnehmen, bei immer den Menschen in den Vordergrund stellen. Wir sehen unseren Job durchaus als Vermittler zwischen Verbrauchern und Anbietern und zwar immer mehr als Möglichmacher und als helfende Hand. Mehr denn je wird es daher wichtig sein, dass wir uns klar positionieren und auch fokussieren. Wovor wollen wir stehen? Vor allen Dingen aber eben auch, wofür wollen wir nicht stehen? Nähern wir uns dem Ganzen mal Stück für Stück und setzen da an, wofür die Schufa steht. Wofür steht die Schufa? Die Schufa ist Wirtschaftsmotor. Sie ist zentral für das tägliche, reibungslose Funktionieren unserer Wirtschaft. Dies umso mehr, als wir in einer digitalen Welt leben, einer digitalen, aber eben teilweise auch anonymen Welt. Die Schufa ist dabei Intermediär, der die Beteiligten zusammenbringt und es beeindruckt. Wir haben eine unglaubliche, fast hundertjährige Entwicklung hinter uns und verfügen daraus natürlich über ein enormes Wissen und Können und einen riesigen Erfahrungsschatz in Risiko- und Datenmanagement. Und wenn man mal schaut, auch was das in Zahlen heißt und was Schufa eben auch ausmacht, Transaktionen werden heute schnell abgeschlossen. Der Anspruch von Verbrauchern und Unternehmen an Nutzerfreundlichkeit und an Geschwindigkeit ist extrem hoch. Wir haben einen Automatisierungsgrad von nahezu 100 Prozent. Anfragen werden im Durchschnitt von innerhalb einer Sekunde beantwortet. Genauer gesagt, eigentlich unter einer Sekunde. Und das zeigt auch den hohen Standard der Automatisierung, der Digitalisierung, aber natürlich auch die besonderen analytischen Fähigkeiten der Schufa, Daten zu prüfen und zusammenzubringen. Wofür möchten Sie denn zukünftig stehen? Also dieses Know-how, das haben Sie, den Erfahrungsschatz haben Sie, diesen großen Automatisierungsgrad. Aber was sind die zukünftigen Herausforderungen und wie muss sich die Schufa entwickeln? Wir nutzen jetzt die eben beschriebene Position der Stärke, um die Weichen für die Zukunft aufzustellen. Wir entwickeln neue Ideen, das Warum, Was und wie wir etwas machen und fügen diese zu dem ja sehr bewährten Produkt- und Leistungsportfolio hinzu. Und was heißt das konkret? In unserem klassischen Gestäft werden wir auch weiter an der Seite unserer Kunden stehen und die unterstützen bei der Bewertung von Ausfallrisiken, bei der Vermeidung von Betrug, aber auch der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen. Und dies immer mit einem ganzheitlichen Blick. Das ist mir extrem wichtig, einen ganzheitlichen Blick auf die Herausforderungen für den Kunden. Denn im Vordergrund steht eben immer, maximalen Nutzen für unsere Kunden zu stiften. Und zwar, wenn ich sage ganzheitlich, dies in einer End-to-End-Betrachtung. Wir wollen, wie schon gesagt, unsere Kunden in ihrer Veränderung unterstützen. Gilt das auch für B2B? Im Bereich B2B wollen wir der Anbieter für regulatorische Plattformlösungen werden, wie K by C. Wir haben hier ja Anfang letzten Jahres gemeinsam mit der FINO das Joint Venture Clary Lab gegründet und verbinden mit der Clary Lab das Beste aus zwei Welten. Die besondere Datenkompetenz der Schufa auf der einen Seite mit dem exzellenten Verständnis von kundenzentrierten Geschäftsprozessen der FINO. Und das Schöne ist, nach einem Jahr, drei der fünf größten Banken nutzen uns bereits. Wir haben aber eben auch Angebote, zum Beispiel für Immobilienmakler. Denn die Verhinderung von Geldwäsche ist eine Verpflichtung für alle Branchen. Mit MyConnect haben wir erstmals einen Marktplatz für digitale Dienstleistungen geschaffen. Wir bieten hier marktführende Leistungen der Schufa, aber auch anderer Anbieter an. Wir sind sozusagen offene Plattform. Auch das ist neu. Und alles in dem Geiste, unsere Kunden für die sehr unterschiedlichen Anwendungsfälle von der Identifizierung die jeweils beste Lösung bieten zu können. Ganz wichtig für uns auch in der Veränderung, wir wollen für den Verbraucher weg von der Instanz Schufa zur helfenden Hand. Wir wollen vertrauensvoller, langfristiger Partner auf Augenhöhe sein. Dies in den Themen von persönlichen Finanzmanagement, aber eben auch dem Identitätsschutz, wo wir auch heute in beiden Themen schon unterwegs sind. Wir wollen also Menschen dabei unterstützen, unkompliziert, sicher und günstig ihre finanziellen Wünsche zu erfüllen. Wie wollen Sie das erreichen? Das heißt einerseits konsequente Kundenorientierung. Produkte und Lösungen sind konsequent vom Kunden her zu denken. Das heißt, wir müssen die Druckpunkte unserer Kunden verstehen und deren Themen, deren Herausforderungen lösen. Das heißt für uns aber auch eine deutliche Verbesserung der Time to Market, aber auch modulare Angebote und sehr schnelle Integrierbarkeit für unsere Lösung. Ich bleibe zunächst im B2B-Bereich. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Plattformökonomie. Welche Bedeutung messen Sie ihr bei? Die Plattformökonomie ist absolut zentral heute und in der Zukunft noch mehr, wenn es darum geht, dem Kunden zu folgen, an seiner Seite als Lösungspartner zu stehen. Plattformökonomie heißt, dass die immer wieder so schön zitierte Customer Journey eben heute dort beginnt, beispielsweise beim Verbraucher in den sozialen Medien, aber auch bei Unternehmen durch die Maschinennutzung etc. Das heißt, Finanzdienstleistung findet heute an einer anderen Stelle statt, nämlich integriert dort, wo der Bedarf für den Kunden entsteht. Und der Bedarf ist ja nicht zunächst die Finanzierung, sondern der Bedarf ist ein Produkt, eine Maschine, ein bestimmtes Thema. Und das zeigt eben auch, wie wir uns bewegen müssen und verändern müssen. Wir müssen zum Kunden und mit dem Kunden gehen. Ein weiterer wichtiger Trend ist der Aufbau digitaler Ökosysteme, Embedded Finance, auch im Zusammenhang mit dem ESG. Wie lautet die Antwort der Schufa darauf? Wir ermöglichen bereits Embedded Finance im Handel oder auch beim Aufbau von lokalen Ökosystemen, zum Beispiel in Kombination von Banking, Versicherung, Energie- und Telekommunikationsdienstleistung. Das ist ja eine der Stärken der Schufa, dass sie dieses Netzwerk hat der deutschen Wirtschaft und damit eben auch Branchen vernetzt. Die Schufa bietet also neben dem Datenschatz, über den wir immer so sprechen, eine einzigartige, branchenübergreifende, Sie können sagen, Finanznetz-Infrastruktur. Das ist ein Leitungsnetz zu mehr als 10.000 Vertragspartnern, der eben Angebote ermöglicht für den Kunden und zwar Beyond Banking, wie es so schön heißt. Vorhin auch schon mal genannt, wir sind Ansprechpartner für digitale End-to-End-Lösungen, was jetzt so zentral ist, wenn wir über das Thema Plattformen und digitale Ökosysteme sprechen. Und wenn Sie das Thema ESG ansprechen, dann ist sicherlich unsere Daten und unsere Scoring-Kompetenz ebenso wie dieses Leitungsnetz ganz hervorragend geeignet, um wirklich wirkungsvolle Ansätze für echtes Management von Nachhaltigkeit leisten zu können. Die richtige Strategie ist die eine Seite der Medaille. Zu solchen Schritten muss aber auch die passende Unternehmenskultur vorhanden sein. Ist die Schufa so flexibel? Ja, es geht bei dem Thema Unternehmenskultur um ein gemeinsames Verständnis des kulturellen Anspruchs der kulturellen Identität. Das heißt, was verstehen wir unter Kundenorientierung? Was verstehen wir unter Lösungsorientierung? Was verstehen wir unter Verantwortungsübernahme, aber eben auch Zusammenarbeit? Und ein zentrales Projekt, was wir dafür aufgesetzt haben, ist die Kulturinitiative Join. Da sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen, unser wichtigstes gemeinschaftliches Gut, nämlich unsere Unternehmenskultur, gemeinsam weiterzuentwickeln und neu zu erleben. Das haben wir gemacht, indem Sie zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als sogenannte Kulturchampions bewerben können, die sich dann eben ganz besonders stark im Kulturprozess engagieren. Und die Schufa hat in der Tat in der Pandemie ganz besonders gezeigt, wie beweglich sie sein kann. Was vorher eher die Ausnahme war, ist jetzt der Alltag, wie für alle viele Unternehmen natürlich auch. Die Teams organisieren sich häufiger digital, die Gestaltung der Arbeitszeit wurde flexibilisiert. Wir können also in kürzester Zeit als Schufa, als Unternehmen, als Gesellschaft eine Menge bewegen. Und das ist eben auch Teil dieses Veränderungsprozesses, des kulturellen Prozesses. Ich sage mal, das zu reflektieren und zu begreifen und daraus auch die Stärken zu nutzen. Sie sprechen den Wandel an. Die Zeiten haben sich ja auch insofern geändert, als dass heute von Unternehmen ein großes Maß an Haltung und Transparenz gefordert wird. Wie kommt die Schufa diesen Anforderungen entgegen? Ja, zunächst, warum ist das so? Unser Geschäftsmodell hat auf den Verbraucher natürlich besondere Auswirkungen, teilweise erhebliche Auswirkungen in sehr sensiblen, in sehr zentralen Lebensbereichen, nämlich den Finanzen und damit natürlich verbunden auch der Lebensgestaltung. Die Ansprüche an uns sind dadurch natürlich deutlich höher als an andere Unternehmen. Und das ist auch nachvollziehbar und für mich völlig fair, dass es so ist. Nicht zuletzt werden sicherlich auch durch unseren Bekanntheitsgrad viele Dinge auf uns projiziert. Das ist manchmal etwas unschön, weil auch viel Unwahrheiten da drin stecken. Und das zeigt, dass wir viel stärker auch gefordert sind, in den Dialog einzutreten, um einerseits eben diese Verantwortung zu leben, aber andererseits auch um Klarheit zu schaffen zu diesem Warum, Was, Wie, Schufa. Ganz wichtig ist, wir wollen langfristige Kundenbeziehungen. Wir wollen keine kurzfristige Umsatzmaximierung. Und deswegen ist diese Transparenz eben so zentral, immer wieder zu erklären, warum, wie, Was, Schufa. Aber eben auch, ich sage mal, die Sorgen und die Nöte der verschiedenen Anspruchsgruppen zu verstehen, zu reflektieren und dann, wo Geburten eben auch aufzunehmen, sei es in der Art der Kommunikation, sei es aber eben auch in der Art, welche Produkte wir entwickeln und wie wir Produkte entwickeln. Das heißt, es geht nicht nur darum, von Dialog zu reden, sondern vor allem eben zu leben und zwar mit allen Stakeholdern. Sie haben es gerade eben schon angesprochen, das Scoring. Bei der Schufa sind Informationen von rund 68 Millionen Privatpersonen und sechs Millionen Unternehmen gespeichert. Wir haben vorhin schon erfahren, dass innerhalb von, ich sage einmal Millisekunden, Auskünfte erteilt werden. Und dahinter liegt natürlich ein Algorithmus. Bis zu welchem Grad ist denn überhaupt die Offenlegung dieser dahinterliegenden Algorithmen erfüllbar? Ja, das ist eine spannende und immer wieder viel diskutierte Frage. Die Frage ist eben auch, was braucht es denn wirklich? Um warum geht es? Ja, was ist wichtig? Und wenn wir sagen, Transparenz ist unser Anspruch, dann muss man ganz offen sagen, ist natürlich auch kein Selbstzweck Transparenz, sondern Maßstab muss aus unserer Sicht der reale Nutzen für den Kunden sein. Und wenn wir das am meisten diskutierte Beispiel Scoring mal nehmen, dann bewegt Menschen oder wollen Menschen verstehen, welche Daten über sie gespeichert sind und wie sie positiv auf ihren Score einwirken können, damit sie sich bestimmte Wünsche erfüllen können. Der Mensch will natürlich sein Schicksal selbst in der Hand haben und will auch verstehen, wie er eben wirken kann. Die Tausende von Seiten von Quellcourt-Discoll-Algorithmus zu veröffentlichen, das bringt den Verbraucher nicht weiter und interessiert ihn auch nicht wirklich, wenn man ihn fragt. Wenn wir aber eines gelernt haben, wir müssen uns, das haben wir eben schon gesagt, wir müssen uns deutlich mehr öffnen und wir müssen eben viel, viel stärker erklären, warum, was, wie, auch in Bezug auf die Verständlichkeit unserer Produkte für den Verbraucher. Und das klingt so schlank und ist schneller hergesagt, heißt aber, dass das alle Bereiche unseres Unternehmens berühren wird. Von dem Anspruch an unsere Methodik, über die Benutzerführung in unseren Produkten bis hin eben zum Außenauftritt. Und da geht es eben wieder um das eben genannte, den Austausch mit den verschiedenen Anspruchsgruppen. Denn die Schufa heißt eben auch, jeder hat eine eigene Perspektive auf die Schufa. Und jede Perspektive ist für sich genommen wertvoll. In diesen Perspektiven stecken aber auch, das habe ich aus vielen Gesprächen gelernt, Zielkonflikte. Und diese Zielkonflikte müssen wir auflösen in Bezug auf das Thema Schufa. Das auflösen zu können, heißt eben aber auch wieder darüber zu sprechen, auf Augenhöhe, Verantwortung, gemeinsam lebend und lösungsorientiert. Zielkonflikte gab es zunächst auch bei der neuen Bonitätsprüfung GiroCheck. Welches Learning nehmen Sie mit? Also wenn ich zunächst sage, was war eigentlich die Idee hinter diesem Produkt GiroCheck? Das Produkt wird angeboten durch unsere Tochtergesellschaft, die FinAPI. Das GiroCheck ist eine Lösung oder ein Service, der Verbrauchern die Möglichkeit bietet, ich sage mal nach einer ersten Ablehnung, zum Beispiel, weil sie zurückliegend eine Zahlungsstörung hatten, Insolvenz waren, doch noch den gewünschten Vertrag zu erhalten. Wichtig, das geschieht immer auf eigenen Wunsch des Verbrauchers. Das heißt, auf eigenen Wunsch weiß der Nutzer, zum Beispiel im Rahmen von der Online-Bestellung, seine aktuelle Zahlungsfähigkeit auf Basis eines einmaligen, und das ist wichtig, auf Basis eines einmaligen Konto- und Einblicks nach. Und wenn dann die Informationen positiv sind, das heißt ausreichend Decken auf dem Konto ist, regelmäßig Zahlungseingänge festzustellen sind, dann ist eben auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Vertrag eben doch zustande gekommen ist, obwohl vorher eine Ablehnung ausgesprochen worden ist. Und ja, der Kunde das Produkt oder den Wunsch, den er vor Augen hatte, sich erfüllen kann. Das heißt, wenn wir von Finapi, von den Produktchechen, dann profilen davon der Verbraucher als auch der Anbieter. Denn an der Stelle sind ja die Interessen gleichgerichtet. Beide wollen eigentlich in ein Geschäft eintreten. Und auch hier ist eben die Rolle der Schufa des Möglichmachens. Es gab anfangs aber auch kritische Stimmen. Das Thema Girocheck ist, glaube ich, aber ein ganz, ganz spannendes, weil es eins auch nochmals deutlich macht. Der Anspruch an die Schufa ist eben höher als an andere Unternehmen. Denn wir haben mit Girocheck ja das Thema PST2 bzw. Access to Account genutzt. Ein völlig gängiges und bereits übliches Verfahren, um Finanztransaktionen zu vereinfachen. Und man hat das an der Diskussion gemerkt rund um das Produkt Schufa, dass es plötzlich ja sehr leidenschaftlich, sehr vehement und in der Breite diskutiert worden ist. Nochmals, viele andere Produkte sind dann längst diese Lösung nutzend oder diese Technologie nutzend im Markt. Der höhere Anspruch ist also insofern für uns nicht immer ganz einfach, gerade wenn wir über die Phasen von Kundenvertestungen sprechen. Und wir hatten ja hier eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit in einer sehr, sehr frühen Phase von Produktentwicklung, nämlich in der Kundenvertestung. Aber nochmals, das ist eben so, dem müssen wir uns stellen und das ist für uns und sollte auch so sein, Ansporn. Das heißt, wenn wir jetzt über das konkrete Produkt Girocheck sprechen, dann haben wir jetzt Datenfilter etabliert, die weit über die Anforderungen der DSGVO hinausgehen. Girocheck ist jetzt so ausgelegt, dass Nutzerdaten ausschließlich für diesen einmaligen, diesen punktuellen Bonitätscheck eingesetzt werden. Es werden keine Daten gespeichert. Die Daten, die auch nicht zur Nachweispflicht benötigt werden, das ist vielleicht wichtig, die wir also nicht nachweisen müssen, auch aus regulatorischen Gründen, werden gelöscht. Und immer von diesem höheren Anspruch und diesen Standards, die wir damit setzen, profitieren natürlich auch Verbraucher als auch Unternehmen. Denn eins ist sicher, die Produkte und die Lösungen der Schufa sind durch einen sehr kritischen Scan gelaufen aus Kundentests, aber eben auch Verbraucher und Datenschützer anliegen. Und damit setzen wir Standards. Das sind wichtige Erkenntnisse und Vorhaben. Wie transportieren Sie die Gedanken und Ideen ins Team, also in die Schufa hinein? Gut, auch hier gilt Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation oder noch schöner, weil es die Zweiseitigkeit betont, Dialog, Dialog, Dialog. Ich denke, die Erfahrung eines oder die Transformation eines Unternehmens kann nur dann wirklich gelingen, wenn die eben nicht top-down verordnet wird, sondern von den Teams gemeinsam erarbeitet wird. Natürlich auch das, warum gemeinsam erarbeitet wird, aber auch das, was und wie man es ändern will. Es ist also total zentral aus meiner Sicht, gemeinsam darüber zu sprechen, wie wir den künftigen Weg gehen wollen. Und deswegen war es für uns völlig klar im Vorstand, dass es ein Prozess ist, der eben durch alle Bereiche gehen muss, durch alle Hierarchien und jeder sozusagen reflektieren darf, wie er Schufa heute erlebt und was ihm morgen wichtig ist. Und wir natürlich auch in aller Klarheit und Transparenz über die Themen sprechen müssen, die womöglich noch den Unterschied zwischen dem Wunsch und dem Ist ausmachen, was uns daran hindert und wie wir eben diese Hindernisse auch aus dem Reg raumen können. Und es geht also um nichts weniger zu diskutieren, als ja unsere Grundwerte, unsere Haltungen im Miteinander. Und das ist aus unserer Sicht eben sehr, sehr zentral, um dann letztlich auch die strategische Weiterentwicklung, die wir vorhin besprochen haben, wirklich leben und tragen zu können als Organisation. Wie gelingt Ihnen das? Neben der Kulturinitiative Join, über die wir jetzt eben gesprochen haben, ist ein anderes Beispiel das Thema Arbeitswelten in der Schufa. Ich sage mal, sicherlich schlummerten schon länger in vielen Köpfen Ideen für neue Arbeitswelten und neue Arten des Zusammenarbeitens. Und ganz spannend, über 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dann Konzepte für eine neue Arbeitswelt erarbeitet. Und ein paar Ideen davon befinden sich bereits in der Umsetzung. Viele andere werden uns noch wichtige Impulse geben. Wir sind gerade in räumlichen Veränderungen. Insofern wird es ein schrittweiser Prozess auch sein. Aber sehr, sehr spannend, was da passiert. Und ein anderes Thema ist, wenn wir eben über das Thema auch Strategieentwicklung gesprochen haben, dass das auch das ein Prozess ist, der von Mitarbeitern getragen wird, wo in gemischten Teams Themen erarbeitet werden. Denn wir haben das Know-how, die Erfahrung und das Wissen, um Themen weiter zu entwickeln. Das heißt, wir nutzen nur in wenigen Ausnahmen externe Berater. Nämlich genau dann, wenn wir sagen, wir wollen nochmal etwas kritisch vertoben und vertesten lassen. Oder wenn eben andere Lernkurven oder Lernerfahrungen Themen haben, die wir nicht haben. Sie sprechen vom enormen Know-how innerhalb der Schufa. Als IT-Unternehmen stehen Sie aber natürlich auch in harten Wettbewerb um qualifizierte Nachwuchskräfte. Warum, meinen Sie, sollten junge Menschen sich die Schufa als Arbeitgeber suchen? Naja, es wird viel über Fintechs gesprochen. Ich würde mal sagen, die Schufa ist eines der ältesten Fintechs. Vielleicht sogar das Älteste. Ich habe es nie verprobt. Das heißt, wir sind ein modernes Technologieunternehmen, ein datengestütztes Technologieunternehmen, das sich zukünftig noch stärker, wie beschrieben als Partner, als Vermittler zwischen Verbrauchern und Unternehmen versteht. Und noch schöner ist, die Schufa hat eine hohe wirtschaftliche Relevanz. Damit einhergeht, das haben wir diskutiert, auch das Thema besondere gesellschaftliche Verantwortung, die wir tragen. Und wenn wir heute viel über Purpose sprechen oder über Sinnstiftung, dann ist die Schufa ein Unternehmen, die genau das bieten kann, nämlich hier Verantwortung zu leben, einen Beitrag zu leisten für Wirtschaft und Gesellschaft. Und wir haben es beleuchtet in unserem Gespräch, mit einem unglaublichen Potenzial noch in diesem Unternehmen. Das heißt, Menschen, die technologieaffin vom Kunden her denken, die Spaß haben an Gestaltung, an Veränderung, an Themen vorantreiben und gleichzeitig sich dieser Verantwortung Schufa bewusst sind, glaube ich, haben hier eine super spannende Perspektive. Und da würde ich auf alle Fälle sagen, eine Bewerbung lohnt sich. Und wir würden uns auch sehr freuen darüber. Starke, selbstbewusste Worte der Vorstandsvorsitzenden der Schufa Holding AG. Tanja Birkholz, ich bedanke mich sehr für das Gespräch.